Hello and welcome back to another episode of INGLIFE. Hallo und willkommen zurück. Heute bei INGLIFE wollen wir uns der Frage widmen, gibt es ein Formel you in der englischen Sprache? Was bedeutet das? Das Formel you ist das deutsche Sie, das großgeschriebene. Wir haben im Deutschen das Wort du, wenn wir mit Freunden oder sowas reden und das Wort sie, wenn wir mit höherrangigen Leuten sprechen oder einfach mit Fremden, die wir nicht kennen. Im Englischen haben wir natürlich das Problem, alles ist you. How are you? Can you help me? Und so weiter. Heute will ich mal ein bisschen darüber sprechen, warum das so ist und wie das dazu kam und wie es damals vielleicht verwendet wurde, wenn es so eine Form gab. Denn ich sage euch, es gab keine formelle you-Form. Allerdings gab es eine andere Form, die ja eine ähnliche Stellung hatte wie das Sie und das Du im Deutschen heutigen. Wir hatten damals natürlich das Wort you. Kennen wir von heute, sagen wir jeden Tag, wenn wir Englisch sprechen. You, 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 you. Nun, das Wort gab es auch damals schon, war eine veränderte Form oder die Objektform, soweit ich gerade weiß, von you, was natürlich heutzutage nicht mehr verwendet wird. Heutzutage ist alles you. Deswegen, um das ein bisschen einfacher zu machen, vergessen wir das hier mal ganz schnell und bewegen uns trotzdem noch mal ins Old English und Middle English, also alte Englischformen, wo es auch noch das Wort though gab. Haben viele von euch vielleicht schon mal gehört, irgendwie in Fantasy-Filmen oder sowas, wenn ihr die auf Englisch guckt, dann hört ihr manchmal, dass though wird allerdings auch sehr oft falsch verwendet, sodass man jetzt Deutscher vielleicht denkt, okay, das war mal die Form für sie, wenn man es im Deutschen verwenden würde. War nicht der Fall. Es war eigentlich eher das Gegenteil. Though hatte etwas mit Vertrautheit zu tun oder auch abwertend. Das heißt, das hier wurde er verwendet, wenn man als König mit niederrangigen Leuten spricht. Das heißt, wenn ihr mit irgendwem Niederrigeren spricht, benutzt ihr eigentlich though. Ist also eher eine beleidigende oder herabschauende Weise des Ansprechens. You hingegen ist es eher formelle, wenn man irgendwie nett zu Leuten sein möchte oder Leute auf derselben Augenhöhe betrachten möchte. Wir haben also eigentlich genau das Gegenteil vom Deutschen heutzutage. Wir haben also das Wort you, was damals eher formell gedacht war, als normale, alltägliche Anspruchsform. Und dann though wurde irgendwann komplett abgeschafft, weil es als beleidigend angesehen wurde. Wir haben also nicht mehr im Englischen das Deutsche wie du und sie, sondern wir hatten die alte Form von sie, wenn man so möchte, das you und die Form von du, die wir im Deutschen haben, war das though. Und dann wurde irgendwann das though abgeschafft, das you hat beide Funktionen übernommen, beziehungsweise das you hat das je abgelöst und so weiter. Und heutzutage haben wir nur noch die formelle Form von du. Ich hoffe, ich könnte euch ein bisschen was beibringen. Ich mag so eine kleinen sprachgeschichtlichen Sachen, auch wenn ich nicht so in der Sprachgeschichte drinstecke oder mich dafür interessiere. Allerdings so kleine Dinge finde ich immer mal wieder interessant. Und ich hoffe, ich sehe euch das nächste Mal wieder. Schaut auf der Webseite vorbei, wo ihr dieses Video noch mal quasi in Textform sehen könnt. Da könnt ihr in live unterstützen, das Übungsheft kaufen und so weiter. Ich hoffe, ich sehe euch in der nächsten Video. Until dann, Bye.